herzlichen willkommen zu einem neuen video wie ich nacken kopien nacken sind so grand zero oder green zero wie das ding hier heißt ich bin hier hingegangen weil ich was finden muss für die ärztin station glaube ich und ich habe den scab genommen warum die station finde in der hoffnung wenn ich nur wüsste wo die ist ich wünsche viel spaß mit dem video ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ich werde ihn noch nie. Das war's für heute. Das gibt's doch nicht. Verdammt, Entzüge nicht. Ich bin niemand. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin niemand. 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 Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Hoho. Geh weg. Oh, ey. Das Ding hat auch keine Munizome. Das hat es. Das Ding hat auch keine Munizome. 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 So, jetzt lassen wir den Ausgang finden. Ohne Scheiß. Ja. Ja. Das Ding hat auch keine Munizome. Das Ding hat auch keine Munizome. Das Ding hat auch keine Munizome. Oh, bitte. Lass mich raus. Das Ding hat auch keine Munizome. Das Ding hat auch keine Munizome. Das Ding hat auch nicht. Das Ding hat auch keine Munizome. Das Ding hat auch keine Munizome. Das Ding hat auch nicht. Das Ding hat auch keine Munizome. Ja. Ja, sorry. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich hab mal einen Kreuz gelaufen. Echt? Was ist denn, siehst du hier auch gar einen mehr? Und wie ich, dass ich jetzt böse drum bin, aber... Okay. Ah, hier ist Pacto. Sieht davon Pacto, oder? Nächste Scheiße Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 jetzt versuchen wir noch mal mit meinem charakter das das zelt zu finden habe ich für die tante alles gefunden was ich finden muss und heute nur noch eine raus oder auch So, hier bin ich gestorben. Ach man, ich wollte gucken, ob da so ein Exitpunkt ist. Na ja gut, einmal mit Profis, immer wieder gern. Wer hat eine Uhr gedreht und so will ich schon so spät, was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette, auch kein letztes Glas umstehen, denn ich werde nun gehen. Aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage, und tut nichts, was ich dir auch tun würde. In diesem Sinne, hallo, bis. Amen. 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 Vielen Dank.